Wenn Sie aus dieser Ecke ein Tor erzielen, müssten Sie das Ding hier eigentlich gewinnen. Toller Zweikampf! Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. Was für eine Gelegenheit! Können Sie kurz vor Schluss noch einen Konter setzen? War das eng! Oh, da wäre es fast passiert! Was für eine Szene! Mächtig! Das Spiel ist aus, das war's! An diesem Unentschieden ändert sich hier also nichts mehr. Enge Geschichte heute. Aus meiner Sicht hatte die Partie auch keinen Sieger verdient. Das ist eine gute Ecke gleich!